Hallo und herzlich willkommen zu den Infügel von World of Tanks. Steh deiner Jäger, wir sind im Variag S. Dieser Panzer hat zwei Fähigkeiten, einmal ein Minenfeld, was wir setzen können, ist selbsterklärend, ist ein einfacher Bereich mit Minen, und ein Wiederherstellungsbereich, auch das ist selbsterklärend, wir heilen uns in diesem Bereich. Das war's eigentlich auch schon. Und ich muss eine Sache positiv anmerken beim Modus, das ich bis jetzt noch nicht gesagt hatte, und zwar der Tiber geht in einer sehr angenehmen und vernünftigen Zeit nach unten. Als ich reingekommen bin, gerade nach dem Ladebildschirm, war schon direkt nur noch 20, 25 Sekunden da am stehen. Das ist eine sehr feine Zeit, finde ich. Das ist cool. Wenn man da jetzt den Ansturm-Modus mit 40, 50 Sekunden im Vergleich zieht. Autsch. So, Minenfeld ist bereit. Das ist schon mal gut. Aber der Punkt ist aber schon ganz schön weit weg, finde ich. Und da ist ein Gegner. Ja gut, das erste ist ja eh nur ein Funkgerät. Das ist jetzt nicht allzu schlimm, wenn wir den jetzt nicht sofort kriegen sollten, aber Level 2 ist jetzt mal wichtig. So, mein Freund. Du willst mich killen. Das ist ärgerlich für mich. Das ist massiv belastend, bin ich ehrlich. Ah, da hat es nicht ganz gereicht. Naja, da hat er einfach den besseren Panzer gehabt im Vergleich. Was willst du machen? Ah, wir haben dann wieder Einstieg. Ist alles gut. Wir haben wenigstens zu viel Schaden rausgeholt, wie es irgendwie machbar war. Und dann nehmen wir Höchstgeschwindigkeit. Komm, da ist ein KI-Gegner, den nehmen wir natürlich gerne mit. Da ist von normalen Militzonen drin. Steht der denn eigentlich oder patrouilliert der irgendwie dann in der Gegend? Wow. Ja, der Hase stand da nur. Oh, lol. What the fuck? Das habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet, als er da runterhüpft. WTF. Hüpft plötzlich die KI da runter. Finde ich gut. Das ist eine gute Wahl. Ja, sehe ich auch so. Ist auch eine wichtige Wahl. Ah, nee, warte mal. Das erste hier war gar kein Funkgerät. Was war denn hier das erste Upgrade nochmal? Ach, das war egal. Äh, Schaden, Schuss, Doppelgeschütz. Äh, ich mach lieber Schaden je Schuss. Aber acht Sekunden ist schon echt schwierig. Okay, da ist ein echter Gegner. Der ist so am Rand. Da hoffen wir einfach, dass er jetzt nicht so viele Upgrades auf seinem Panzer hat. Ah, ansonsten sterben wir halt nochmal ein Stück, ne? Ist ja gar kein Problem. Der wird eh safe da hinfahren. Guten Hit gesetzt. Und dann macht er auch einen Abgang. Mega stark. Und ja, schießen daneben. Ist ein absoluter Klassiker, bin ich ehrlich. Ist der dumm? Oder sieht er das nicht? Oh mein Gott, er sieht das glaube ich gar nicht. Ja, das, ich sag's dir wie's ist, Kumpel. Das ist natürlich dann max. tief ärgerlich für dich. Und wenn du's gesehen hast, dann fand ich das doppelt krass, dass du da trotz freigefahren bist, lol. Äh, Strukturpunkte erhöhen. Mit der Valküre mach ich ja auch nur Panzerung, weil es gefühlt irgendwie die geilste Panzerung in diesem Modus ist bei der Valküre. Aber hier nehmen wir lieber mehr Strukturpunkte. Okay, dahinter sind ein paar Gegner. Wir haben schon für fünf, wir könnten's versuchen da hinzufahren. Meine einzige Sorge ist nur, dass die sich dann zusammen teamen und gegen uns dann quasi zu stark sind. Okay, einmal guck ich noch ganz kurz hier rüber. Wenn da nichts mehr sein sollte, dann verpissen wir uns wieder. Oder fahren langsam nach rechts. Oh, da ist ne Jagd. Dann gehen wir mal mit hier rein. Moinsen. So, du mein Freund, folgst uns bitte mal nicht. Und den Kollegen schießen wir in den Arsch an. Auch wenn's jetzt hier sogar richtig dumm ist. Mein Kill. Meine Beute. Ungünstig. Aber mein Vorteil ist, ich kann jetzt hier rückwärts wegfahren. Der kann nichts gegen mich tun gleich. Weil da Minenfeld vor mir liegt und ich mit meiner Hoffnung hier dann wegkommen kann. Oh, die Minen sind schon weg. Das wird sehr lang gehalten. Wir können gleich neue legen. Das ist auch okay. So, Ketten kaputt. Er schießt trotzdem noch bei uns rein. Perfekt. Oh, Junge. Ja, ich weiß nicht, wie ich wegfahren soll. Umdrehen kann ich auch nicht. Ach, da machst du nichts. Und tot. Oh, ne. Doch nicht. No penetration. Oh. Oh, schade. Ich war nicht da, also ich weiß nicht, ob ich das große Problem war. Trotzdem zwölfter. Und das ist auch genau der Grund, warum ich Wiedereinstiegscheiße finde. Mit den Werten, die wir jetzt gehabt haben, mit der Killanzahl, mit der Schadensanzahl, wären wir locker Top 5 im letzten Mal gewesen. Den Wiedereinstieg finde ich beschissen. Weil dadurch ist es einfach nicht mehr so geil. Eigentlich wirst du belohnt, wenn du dich versteckst. Weil selbst wenn du entdeckt wirst, kannst du nochmal dich irgendwo verstecken. Und zweimal ein Versteckspiel, das bringt dir wahrscheinlich sehr oft den Top 5 ein. Finde ich nicht gut. Ich mag Wiedereinstieg nicht. Das ist echt lame. Aber naja, gut, passt schon. Ist okay, müssen die wissen, ne? Ach, ich weiß nicht, Mann. Ich bin die ganzen drei Folgen hier mit Stiller der Jäger schon übelst negativ eingestellt. Aber jetzt mal ernst, Leute. Was ist das denn? Ja, nehmen wir noch einmal ganz kurz den Beilang A. Weil der war ganz witzig, weil der hat nämlich einen Säure-Schuss gehabt, mit dem man den Gegner vergiften kann. Mal sehen, wie hilfreich der uns hier wird. Weil den hast du leider auch nicht so oft gehabt und du hast ihn nur ein einziges Mal. Also, ja. Säure-Granate, der nächste Schuss ist dann quasi, sie fügt zusätzlichen Schaden zu. Und der Gefächtsroboter, der ist echt geil, aber den kriegst du so gewinnen. Ja. Wir müssen jetzt in die Top 4 kommen, ansonsten werde ich die Tagesquest für heute abbrechen. Bin ich ehrlich. Weil da möchte ich auch genau der Punkt kommen, den ich auch negativ angemerkt hatte. Du wirst dann mehr dich auf diese Quest konzentrieren müssen und auf Zwang, diese Quest zu versuchen zu erfüllen, als dass du Spaß mit diesem Modus haben kannst, weil der Modus selber cool ist. Weiß ich mal. Weil dadurch, dass man jetzt halt acht Tage von diesen zwölf Tagen oder wie auch immer, wie viel das waren, da jetzt von den Tagesquest haben muss, ist das dann eher schon ein Zwang, auch wirklich alle zu bekommen, weil ansonsten ist der Fortschritt, den du in diesen Dingern bis dahin gemacht hast, komplett für den Arsch. Ich weiß, ich mache jetzt viele negative Punkte, aber ganz ehrlich, wenn es viele negative Punkte in einem Modus gibt, dann nenne ich auch diese vielen negativen Punkte. Da ist das Spiel dann auch selber schuld. Das ist halt einfach ein Fakt. Ich mache mal hier das Schnellere. Oh, ich bin gesehen worden. Ja, ist mir egal. Oh mein Gott, Junge. Und ab dafür. Hm, hm. Okay. Wir haben es jetzt nicht verfolgt, das ist gut. Höchstgeschwindigkeit erhöhen. Ob das mit dem so smart war, weiß ich nicht. Ich glaube, das zweite wäre schon fast noch besser. Aber manchmal ist Höchstgeschwindigkeit schon echt sehr hilfreich. Deswegen nutzen wir es auch einfach mal. Aber seht ihr, wie wir unten, wie oft wir schon diese Säuregranate und Dingens hatten? Genau das ist das Problem. Der Panzer hier ist eigentlich einer der stärksten, finde ich. War er damals schon. Aber einfach diese geringe Anzahl an Gefechtsrobotern und Säuregranaten, dann hast du halt einfach einen Nachteil gegen die Panzer, die immer irgendwie ein Upgrade haben. Da machst du halt nichts dagegen. So, bei der schönen Kirche hier ist nochmal... It's first come first surfer zu sagen, aber irgendwie hast du es nicht gesagt. Ja, geil. Hier lohnt sich der Schuss jetzt nicht. Naja. We got a penetration. Bullseye. This is your chance to become stronger. Cool. Ja, also die Bots finde ich auch übelst wack irgendwie, weiß ich nicht. Weil es eins, was die jetzt bringen, ist eigentlich nur ein geschenkten Kill irgendwie. Ja, es gibt ein bisschen Level, aber... Weiß ich nicht. Irgendwie wirst du schon fast dafür belohnt jetzt, Bots zu farmen, statt echte Spieler. Ich weiß nicht, es hat auch Vor- und Nachteile, ja. Es ist auch positiv. Aber... Weiß ich nicht. Auf der einen Seite ist es irgendwie kacke mit den Upgrades, wenn du einen zu großen Vorsprung hast, weil du nichts machen kannst. Dafür sind die Bots geil, weil du wieder auffüllen kannst. Nachteil, dadurch, dass es die Bots von Anfang an gibt und bei dir quasi einfach rein suizidieren, wirst du halt generell das Problem haben, so wie wir es jetzt auch sehen, ich bin Level 5 und habe nicht mal ein Gegner gesehen. Das heißt, die Levels sind dadurch halt sehr schnell auf Maximum. Und da sind dann halt die Panzerklassen dann wieder super, super, super relevant und Skill wird noch uninteressanter. Weil so eine Valkyre an der richtigen Position einfach... Da kannst du mit dem Ballang schon gefühlt machen, was du willst, du hast keine Chance. Wenn du aber umfahren kannst, den Panzer, ja, dann hat der Valkyre-Panzer keine Chance. Das ist halt wirklich nur noch Panzerabhängig und nicht Skillabhängig, man. Ach, es ist aber auch Kleinstufen genauso. Ah! Ein Dilemma, man. Es ist der Dilemma, man. Mann, Dilemma. Ja, aber sehen wir mal von der positiven Seite. Wir sind Stufe 5, wir haben bei Lang, wir haben 800 Damage auf den Wolf gesetzt und wir sind ohne Items unterwegs. Keinen einzigen Säure-Schuss. Kein Roboter. Nichts um Gegner zu töten. Ist doch wunderbar, oder? Und das ist für mich der größte Kritikpunkt an diesem Kackpanzer, man. Der wäre so geil. Boah, ich hoffe, da ist jetzt gutes Equipment drin hinten. Das ist wichtig für mich. Vor allem, weil der Gegner mich wahrscheinlich auch gesehen hat. Safe. Ein Säure-Schuss, ich packe es nicht. Ich weiß, da ist ein Drop. Den sollte ich mir eigentlich holen. Können wir sogar. Ich dachte, der folgt uns. Alles gut, dann fahren wir zurück. Ich dachte, der verfolgt uns jetzt, bis wir drauf gehen. Deswegen wollte ich jetzt nicht wieder in den Fluss zurück gehen. Müssen wir hier hoch. Aber dann geht's ja. Zack. Einmal gewendet, einmal durchfahren hier. Wieder ein Stück ist nicht mehr möglich. Keine zweite Chance. Und wir haben keinen Gegner gesehen. Doch, da, einer, der sich den Drop holt. Stark, danke. Ja, ich kann leider nicht schießen. Ja, ich bin leider darauf angewiesen, jetzt nicht zu schießen. Das war ein wichtiger Head. Daneben. Da waren wir lang hinter mir. Dann verpissen wir uns mal komplett hier. Weil wir haben ja gelernt, na, jeden Kampf, den wir aus dem Weg gehen, ist, äh, ist halt Battle Royale. Du wirst dann immer in eine gute Platzierung kommen, wenn du dich einfach versteckst und verpieselst. Und wenn ich jetzt gerade in dem Moment nur die Tageskiste füllen will, und möchte dir zeigen, wie absurd das ist, müssen wir halt in Kämpfen aus dem Weg gehen und uns verpissen. Das klingt doof. Aber, äh, das Spiel will es so. Also machen wir es so. Nebenbei sammeln wir vielleicht ein paar von diesen Punkten ein. Und, äh, viel Spaß, Leute, wenn wir gegeneinander bekämpfen. Ist mir egal. Jetzt fahr doch, Junge. Jetzt hängt er nicht so fest. Da müssen wir wieder woanders hinfahren. Weil da ist jetzt gerade noch ein Panzer unten links da. Hier. Der wird sich den Drop holen, klar, safe. Aber, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Wir fahren woanders dann. So, hier ist gleich die Zone. Deswegen gehen wir mal nach ganz, ganz unten da und hoffen einfach, dass der andere Panzer uns dann nicht wiederfindet. Das sieht auch bis jetzt ganz gut aus. Deswegen habe ich noch extra schnell, ähm, hier, ähm, Ortungsgerät genutzt. Das bessere, schnellere Funkgerät hier. Damit wir relativ, äh, fix durch die Gegend fahren können und immer wissen, ob hier irgendwo einer ist. Bei mir geht es ja gerade nicht darum, mit den Leuten zu kämpfen. Mir geht es jetzt wirklich nur ums Überleben und, hauptsache von den Gegnern wegzubleiben, um die Tagesquest zu erfüllen. Aber eine Sache finde ich positiv. Munition ist gefühlt sehr, sehr viel, die man jetzt hat. Ich habe jetzt jetzt nicht einmal das Gefühl gehabt, dass mir die Munition fehlt. Ja, damit haben wir jetzt einmal komplett voll. Jetzt geht es nur noch um die gelben Dinger für Equipment. Leute, ich habe getroffen. Ha, ist ja witzig. So. Zählt der eigentlich als Kill oder zählt der nur als, äh, so wie bei Escape-5-Tarkoff oder bei anderen Spielen als KI-Kill? Was ich meine? Das ist so, wie so die Scafs. Ja, es ist irgendwie ein Kill, aber... Oh. Hey, wir sind in der Top 6. Weißt du warum? Weil wir keinen Kampf gemacht haben. Battle Royale-Logik. Du wirst belohnt fürs Nichtstun. Wenn du viel riskierst... Wobei, was heißt viel riskieren? Wenn du einen normalen Kampf spielst, tja, dann verlierst du halt. Da ist jetzt ein Gegner. Also fahren wir weg. Weil es bringt uns nichts. Mach's gut, mein Freund, weil da ist nicht gleich die Zone. Damit sind unsere Wege jetzt... Getrennt. Das ist schlecht. Ja, und der Panzer auch pläht uns einfach nur, einfach nur, weil er zehnmal mehr Schaden hat, als wir. Und umfahren kann ich ihn im Stadtgebiet leider eh nicht. Dann machst du halt nichts. Hier kann er uns zum Glück sehr schlecht hin folgen. Wir müssen nur aufpassen, dass der andere nicht da hinkommt. Das dachte ich mir leider. Und tot. So, da kann er zum Glück nicht durchfahren. Oder zumindest nicht so schnell wie wir. Ich hab die Heilung vergessen. Und wenn wir Glück haben, kämpfen die beiden gegeneinander und wir können derzeit abhauen. Weil wir haben genug Heilungsdinger gesammelt, dass wir uns da noch ein bisschen hochheilen können. Das passt schon. Und wieder wurden wir dafür belohnt im Spiel, dass wir einen Kampf aus dem Weg gehen und fliehen. Und das sehen Leute dann als coolen Modus an. Ich weiß nicht. Obwohl ich ihn anfangs auch eher ganz cool fand. Aber, hm, ihr seht jetzt ja hier wirklich, finde ich, also hier siehst du wirklich, was ich daran auszusetzen habe. Ganz gut. Aber bei, ich war lieber andersrum. Drei Fahrzeuge noch. Guck mal, und schon sind wir in der Top 3 und haben nicht einen einzigen richtigen Kampf geführt. Ist doch geil, oder? Und wir haben übrigens immer noch keinen Gefechtsroboter bekommen. Haha. Absoluter Quatsch. So, hier haben wir einmal Heilung und vielleicht nochmal... Äh, Dingens. Oh, lol. Die sind beide da? Nein, die sind gleiche, ne? Das ist schlecht. Jetzt müssen wir hier rausfahren. Aber wir sind wieder voll live. Nur durchs Fliehen haben wir. Mal wieder genug. Das ist... Ich weiß nicht, Mann. It's the final battle. One against one. One against one. Ja, das, äh, weiß ich nicht, wie ich hier schaffen werde. Ich brauche einen Gefechtsroboter, sonst habe ich einen Nachteil. Ach, lol. Das ist ja belastend. Und er versteckt sich jetzt nur... Oh, oh. Komm schon, Gefechtsroboter, bitte sei getriggert auf den. Er ist gestorben, weil die Zeit um war. Ist das banal alles, Mann. Ja, hier, in der Stadt kannst du doch nicht fahren, Mann. Das ist mir egal, ich ziehe das durch jetzt hier. Und half live, weil der einfach viel, viel mehr damage macht als wir. Wie gesagt, Medium ist... ...n Sieger gegen... ...Leitpanzer. Da kannst du nichts gegen tun. Ist das dumm alles, Mann. Ich kann jetzt gegen die nicht gewinnen, weil einfach seine Panzerart besser ist als meine. Selbst wenn ich jetzt jeden Hit treffe, das ist verloren. Das, ich weiß nicht, was... Also, das macht doch keinen Spaß dann so, der Modus, Mann. Ja, stark, ne? Aber, hey, wir wurden gelobt mit Rang 2. Aber wurden leider von der Panzerklasse ausgekontert. Gegen die wir leider... Sag mir bitte wie. Aber selbst mit rumfahren, glaube ich, wenn der nicht irgendwie durch Zufall fünf Schüsse daneben sammelt, ist es absolut unmöglich, gegen den zu gewinnen. Weil der halt einfach zufälligerweise... ...nur die Panzerklasse im Schere, Stein, Papier... ...Muster gegen uns halt gewinnen kann. Das ist der einzige Punkt. Nur wegen der Panzerklasse. Weil sein Panzer als Medium einfach besser ist als unser. Cool, ne? Hätten wir jetzt übrigens in der Situation beispielsweise... ...n Evi gehabt. Ne? So, keine Ahnung, die Valkyra. Dann wäre die am Arsch gewesen. Aber, zweiten Platz. Voll die krassen Belohnungen. Weil wir Zweiter geworden sind. Obwohl... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute mehr Schaden gemacht haben als wir. Der Typ ist 13. geworden, kriegt rein gar nichts aus dieser Runde. Hat aber drei Kills, 6267 Schaden. Das ist, ähm, fair. Nun, ich denke mal daran, seht ihr vielleicht jetzt hoffentlich nochmal sehr gut, warum ich Battle Royale nicht so geil finde. Und ich wahrscheinlich auch, dass jetzt hier, ich hab's jetzt gemacht, vielleicht packt mich die Lust dazu nochmal, kann sein. Aber mehr als die Tagesaufträge werde ich in dem August nicht machen. Ich, ähm, ich weiß nicht. Ich bin so gespannt, ob das irgendwie dann noch anders, noch irgendwer anders so sieht wie ich. Aber das hier kann ich so halt einfach nicht ernst nehmen. Ihr habt's jetzt ja selber gesehen. Und so läuft jede Runde ab. Selbst wenn du nur aggressiv fährst und richtig geil reinkloppt. Du kannst 14.000 Schaden machen. In dem Endsituationskampf, so wie jetzt gerade eben, 1 gegen 1, hätte ich mit dem Ball lang. Ohne Gefechtsroboter, keine Chance. Und ihr habt gesehen, wie ich vielleicht eingesammelt hab. Da war ein einziger dran. Einer. In der gesamten Spielzeit. Stark. Finde ich echt stark. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht ist es die letzte Folge von Stiller der Jäger. Wenn, ist das jetzt das Feedback dazu meine Meinung gewesen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.